Mann, Alter! Ey, ich hab keinen Bock mehr hier zu arbeiten. Leute, das nervt, Mann. Ich bin hier auf der Baustunde und arbeite schon den ganzen Tag. Und mein verdammt fauler Kollege ist auch nicht da. Sag mal, wo ist Noël? Noël, bist du da? Hallo? Lass uns ruhig auf dem Klo sein, Junge. Junge, du bist auf dem Klo gerade am Kacken oder was? Hey, komm mal da raus jetzt hier. Okay, Noël, ich sag dir eins, ne? Ich melde das dem Chefin und nicht in zwei Minuten an der Schubkarre bist. Hast du mich verstanden? Ich bin doch hier, Bro. Ich bin doch schon hier. Ach, hier bist du, Alter, Noël. Weißt du was, Mann? Ich mach Arbeit. Ich hab hier den ganzen Tag Beton geschleppt, Alter. Ich hab keinen Bock mehr. Lass mal abhauen, Digga. Ja, lass aber doch Geld abholen, ja? Ich will Geld sehen. Chef, ich will Geld. Chef, sag nichts. Da lang? Okay. Er sagt da lang für Geld. Wir holen uns anscheinend das Geld ab. Was ist hier vorne? Kann man da rüberspringen? Ne, ich denk nicht, ne? Ich denk auch nicht. Oh, was ist das denn hier? Hier sind irgendwelche Todeshammer. Oh Gott, Alter. Ich geb den Tipp, ne? Ja. Geh hier. Bloß nicht drauf. So, sieht's hier aus. Bevor wir noch einpetoniert werden, Alter. Aha, okay. Okay. Also, das wird ja immer wilder hier. Oh, Bruder. Oh. Zack. Und wie war da? Wie gefällt der nicht der neue Overall, den ich dir gekauft hab? Ähm. Und wir gehen jetzt mal hier so überschrauben, okay? Also, wir gehen jetzt wirklich echt die Baustelle hoch, aber ich dachte, wir sollen Kohle holen, Bro. Ihr Geld. Was ist das denn hier eigentlich alles? Boah, guck mal, ey. Wir müssen anscheinend... Bist du doch da ganz hinten rüber, oder was? Also, ich hab hier oben einen ziemlich guten Ausblick, Bro. Vielleicht kommst du auch mal hoch. Was machst du denn da oben, Bro? Wie kommst du da hoch? Ich muss einmal gucken. Oha, da fahren ja hinten Autos in den Park. Das ist aber nicht für die Sicherheitsvorschriften runter da. Komm hoch jetzt hier. Komm hoch. Das ist gegen die Sicherheitsvorschriften. Ist ja gut. Sofort runter da. Okay. Und das hier? Verstößt das hier gegen die Sicherheitsvorschriften? Das ist ein ganz normaler Arbeitsweg. Ganz normaler Arbeitsweg. Ah, ja. Denn... Okay, ich hab ne bessere Idee, Leute. Denn wir tricksen das System aus. Wir springen einfach über diese Schrauben. Genau, wie Noelle rüber. So ein Ding ist das nämlich. Sehr gut. Hä? Oh, wir sollen unseren Weg irgendwie durch diese ganze Parkgarage jetzt hier machen. Und dann kriegen wir unser Geld. Okay? Äh, lol. Warum rennst denn du so schnell? Hä? Ich weiß es nicht. Ich bin auf dem Gelben. Auf dem Gelben kriegst du einen Boost. Was? Auf dem Gelben Strich, wo du drüber gesprungen bist. Okay, also ich versteh's noch nicht so ganz. Aber ich brauch den Boost auch nicht, Leute. Auf chillig. Wir gehen jetzt mal weiter. Auf chillig. Ciao. Wir sehen uns. Hey, was? Ja, Noelle. Wir sehen uns. Ja. Das war's für dich. Tschüssi. Okay, Leute. Noelle, es hat zwar den Speed Buff, aber er läuft so schnell, dass er die Autos gar nicht richtig sehen kann. Oh, da seh ich ihn. Da läuft doch ein Schatten wieder. Oh, Junge, ist der am Durchziehen, ne? Ich zieh durch, Junge. Wisst ihr, bist du, äh... Unter eins, äh, 1 zu 98 bist du unter... Also, ich bin, äh, stabile 1,74 oder 75 oder so. Wie groß seid ihr eigentlich, Leute? Könnt mal reinschreiben, wie alt ihr seid und wie groß ihr seid. Das würde mich interessieren. Guck mal, wirst du mich gerade verarschen? Ich bin 1,72 groß. Ich dachte, du bist viel größer als ich. Hab nie gesagt, dass ich groß bin, Leute. Aber mich würde es halt mal interessieren, wie groß die anderen sind. Es gibt Leute, die sind echt mit 15... Oh, no, ey. Also, das war's für dich. Oh, nein. Ich hab ne Idee. Einfach seitlich springen. Zack. Einfach seitlich springen. Ich hasse... Die Wut staut sich auf, Freunde. Die Wut staut sich extrem auf. Hey, das geht doch nicht der Leer, Mann. Ich mach's so diagonal, Digga. Ich mach's so diagonal. Kann ich dir auch empfehlen. Nein! Mann, das ist so nervig. Welcher Typ legt hier 7 Heizungsrohre hin? Also, was soll das denn, Mann? Ah, komm, Bro. Ja, ich hab's geschafft. Oh, Noel, ich wünsche dir, dass du's packst. Komm. Ja, springe über die Heizungsrohre. Springe über die Heizungsrohre. Hälfte. Ja, fast, fast nur noch einer. Komm. Boah, hier ist Lama, Mann. Wer das hier nicht für Strike hat, ist der schlechteste Roblox-Spieler auf der ganzen Welt. Sag ich ganz ehrlich. Also, das hier. Dann würde ich sagen, dann waschen wir einfach durch. Was ist das eigentlich hier? Let's go. Ich dachte, wir wären noch gar nicht so tief. Locker, locker. Also, wir sind ja jetzt in so einer Mine drin. Ich weiß auch nicht, warum die Lava hier direkt ist, aber... Gehen wir hoch. Auch nach oben. Okay, Noel, also wir haben jetzt hier einen Kran anscheinend. Können wir da hochklettern? Ach, da... Ja, wir können den Kran hoch... Noel? Noel? Ja? Noel, ich bin im Kran gefangen. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Och, nö, ne? Nein! Oh, look. Au, meine Beine. Komm schon. Einfach, einfach hochklettern, Leute. Tama. Die denken auch, das ist der richtige Weg, Alter. Na, ich lass es lieber. Ich hab keinen Bock mehr. Leute, wir gehen die Leiter einfach hoch, ne? Bleibt doch da am Kran. Macht doch, was ihr wollt. Wo bist du denn? Die denken, das ist der richtige Weg. Hä? Was denn jetzt? Was? Ich sag einfach durch. Also, ich springe hier auf ganz locker erstmal rüber, ne? Es geht weiter, Leute. Wir klettern anscheinend jetzt irgendwie so einen Kran. Oh Gott, das war knapp. Oh, Leute, das war genau so knapp. Oh, ich hab' ich geschafft ohne Probleme. So. Wie hängen diese Holzbrett eigentlich in Delo? Tschüss, Delo. Also, nur so ein kleiner Tipp, ne? Abkürzung ist nicht. Ich hab's schon gesehen. Hab' ich gerade auch gemerkt. Ja, oh Gott, ich bin zurückgelaufen. Ähm, ich war leicht verwehrt, Freunde. Ich war leicht verwehrt. Okay. Also, weiter geht's. Geht's. Ohne Probleme. Und hier nochmal rüber. Da nochmal rüber. 14.000 DPI. Boah. Als ob du so kurz zum Ende gestorben bist, ne? Na gut, Freunde. Was geht hier so? Ist hier irgendwie noch... Ah, der Kran da um. Ich glaub, wir können den eher nicht so nehmen. Wir gehen mal direkt weiter hier rein. Likes und Fefe sind welche aus meiner Community. Kuss geht raus an euch. Was? Likes? Was? Ich glaub, der Likes auch ein Like da gelassen. Ja, das... Also, ich hoffe schon. Ihr könnt euch gerne mal in den Kommentaren melden. Wenn einer von euch am Start ist, direkt relativ zu Beginn, dann würde ich vielleicht euren Kommentar sogar anpinnen. Danke, Jungs, dass ihr am Start seid und dass ihr immer supportet. Denn, Leute, die kenne ich schon etwas länger. Fefe ist schon ewig auf meinen Roblox-Videos dabei. Schon ewig. Schon damals auf dem Drittkanal gewesen. Ich auch. Und ja, der Noel, der ist halt ganz neu, ne? Der ist first try, Leute. Der ist einfach first try. So, wie sieht's aus? Ah. Ah, du bist grad... Ah, okay. Und im Mood, im Mood einfach... Im Mood. Das kannst du mir auch nicht erklären, Junge. Was ist denn jetzt los? Noel, einmal tief durchatmen. Und zwar so, dass man's hört. Das ist wichtig. Laut genug? Jetzt wird's. Jetzt wird's, pass mal auf. Der stirbt nicht mehr, Leute. Das ist der Sauerstoff, der mir gefehlt hat in meinem Kopf. Oh Gott. Oh Gott. Und, ähm, ja, warte. Äh, hier so. Und ja, easy, Leute. Und hoch da jetzt. Weiter geht's. Hä? Kein Problem. Man hört Leute immer rippen, aber was ist das denn? Uh! Ja. Da sollte man, glaube ich, genau nicht rein. Hä? Genau ins Blaue nur. Und nicht auf diese weißen Linien. Interessant. Okay. Also hier war ein Farbeimer, Leute. Da sollte man irgendwie nicht so reinspringen. Noel ist schon auf dem Weg. Ich geh mal hier auf diese kleinen. Oh Gott. Oh, Junge. Junge, die Farbeimer sind übel gefährlich. Oh. Und hoch da. Ey, Noel, es wird immer höher hier eigentlich. Ich weiß, wie weit oben wir schon sind. Ist hier irgendwo unser Chef? Ah, da. Er soll wohl in diesem Richtung sein. Geld, 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 Geld. Gib mir Geld. Nein! In meine Tasche, hier. Hä? Ich dachte, wir müssen auf den Balken laufen und nicht auf dem gelben. Okay, was mach... Oh. Let's gooo. Wir müssen den Speedrun machen. Let's go! Speedrun! Mario, Digger. Und drüber, Leute. Let's fett. Jawohl. Und hoch. Wir nehmen den oben. Jawohl. Und weiter geht's. Und komm schon, wir sind jetzt da. Ja, Mann. Easy, Leute. Entspannt. Wir haben's geschafft. Weißt du was, der durch? Hau rein! Leute, es gibt hier sogar noch mehr Spiele von denen. Was ist das denn für ein Spiel? Digga, siehst du dieses Zombie-Game hier? Ja. Bro. Ich würde sagen. Bro, da müssen wir jetzt dringend nochmal rein. Let's go! Und rein da! Ja, Leute. Das war's mit einer weiteren Folge von Roblox. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall ein Like da und schallert gerne mal ein Abo raus. Ich würde mich freuen, wenn ihr die Glocke aktiviert. Dankeschön fürs Zusehen. Digges Küsschen geht raus. Deno. Out! Out!